So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play to Cather Minecraft nicht. Ähm, ja, ich erzähl euch dieses Dilemma jetzt mal ganz kurz. Ähm, ich hab mit Justin gestern zwei Folgen aufgenommen. Ähm, wir 25 Minuten, 24 Minuten, alles cool, alles geil. Nur dann, hab ich so gesagt, ja, ähm, ich tu kurz die Folgen, ähm, Folgen in den Ordner Let's Play Together. Weil ich hab da einen speziellen Ordner für Let's Play Together. Und, ja, wollte ich den Feed the Beast Ordner löschen, weil ich mach ja derzeit kein Feed the Beast mehr. Ähm, hab ich den Let's Play Together Ordner gemacht, ähm, gelöscht. Hab ich versucht, also am 28. Januar, hab ich versucht, ähm, Systemwiederherstellung zu machen. Vielleicht hatte das ja genau da dann gespeichert. Leider hatte ich kein Glück. Deswegen mach ich jetzt ne kleine Folgenzusammenfassung. Das ist nämlich der erste Part von Folgenzusammenfassung. Wenn, äh, 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 wenn sowas öfters mal passieren sollte, dann hab ich hier etwas. Ähm, und grüße an meinen Bruder, der grad in Holland ist. Sebastian, ne, ähm, sein Kanal ist unten in der Beschreibung, ne, also, ja, der hat auch einen Kanal. Ähm, und, ähm, ach ja, das sollte ich auch noch sagen. Er kriegt Kinder. Zwinker, 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 da. Ähm, gut, das sollte ich erst mal sagen, weil er fragt mich ganz, der ist, ja, wann machst du das, wann machst du das, okay. Ähm, ihr seht hier schon, ähm, hier ein Diamantenschwert und eine Dia-Pick-Ex. Ähm, hier haben wir, hier, wir seht schon ein paar Diamanten, ein Diamant mehr, weil wir haben Enchantment-Table gemacht. Wir beide haben uns ne Diake gemacht und ein Diamantschwert. Und, ja, demnächst müsste ich auch wieder Kohle fahren. Ähm, gut, dann geh ich jetzt erst mal schlafen. Goose the Chick ist auch noch da, wie immer. Der bleibt immer am Start. Der baut das auf etwas ganz schnell, auch, das ist gut. Okay, ähm, schöne Musik im Hintergrund, ich weiß nicht, da, da, ja, ja, ja. Ähm, gut, ähm, dann gehen wir sofort weiter, also, wie gesagt, ach ja, ähm, den Enchantment-Table haben wir auch gemacht. Ja, ich könnte mal mal einen Boom verzeihen. Unbreaking Power, geil. Ja, hab ich wieder was Neues, Enchantment. Gut, ähm, gehen wir da mal, ähm, gehen wir da mal runter. Ähm, ja, ich bin gerade auf dem Server, ich hab das, ach ja, und den Kürbis hab ich platziert. Der, ich mag den Kürbis. Gut, dann zeig ich euch mal die Stelle, wo wir runtergegangen sind. Ähm, die Stelle ist hier, genau. Die hab ich ausgeleuchtet, ich komm mal ein bisschen nach unten, wie schnell baut der ab? Oh ja, geht schnell. Ähm, dann zeig ich euch mal kurz, hatte ich neben den Wassereimer, das weg. No, nicht da hin, aber da. So. Hä? Ne, komisch. Egal. Ähm, ja. Ja, ich hab mich halt hier runtergegraben und Justin hat sich halt auch runtergegraben. Und dann plötzlich, Dennis, ich hab eine Überraschung für dich. Komm mal rüber. Hab ich gesagt, nö. Ich komm nicht rüber, weil ich ne geile Schlucht gefunden hab mit extremst viel Lava. Ja, und das war... Oh. Ha, Knockback. Knockback. Ja. Schon wieder, hä? The fuck? Leute. Haben wir auch ein bisschen Action hier. Ja, komm. Erstmal die Lava. Erstmal die Lava löschen. So. Ähm, so. Fackel hier, fackel da. Fackel hier. Wo? Na, machen wir jetzt auch ein bisschen Action. Gut. Ähm, okay. Ja, dann haben wir uns halt hier... Bäh. Und was auch cool ist, ich hab seit gestern einfach solche Frame-Einsprüche, also so richtig heftige. Auto sei noch lauter. Ah, jetzt. Zwischendurch ist einfach, ja, geht. Hier hab ich abgemessen fürs Portal. Wie, wie viel Blöcke ich brauch. Aber dann hatte ich am Ende doch noch, ähm, ja, ich brauchte halt, brauchte, ich bräuchte halt, brauchte halt mehr, ähm, als sonst. Und, ja, da muss ich halt noch mehr Farm gehen. Ja, und... Ich mach so eine ganz kleine Folge. Bis da so ein bisschen abbauen, dann kann ich ja erzählen, so nebenbei. Ja, ähm, folgen zusammenfassen, wie nenn ich das, die dann? Let's play to go to Minecraft. 14 Folgen zusammenfassen, ja, geht. Ich baue jetzt genug hier ab. Ähm, ja, ähm, dann hab ich hier halt Obsidian gefarmt, hat zwar ein bisschen, etwas länger gedauert, als sonst, als sonst. Und, ja, dann hab ich Justin ganz Zeit gesagt, oh, du bist mein Engel, du bist mein Engel, oh, ja, du bist mein Engel. Und, ja, dann hatten wir halt ein paar Diamanten, bin ich hochgegangen. Und, ja, dann Justin machen wir dann jetzt vorbei. Und, ja, und dann hat sich herausgeschickt, oh, du bist so ohne hübscht. Ähm, hier ist die wunderschöne Frölle von Justin. Hat der alles mitgenommen oder ist sie, haha, natürlich, äh, Redstone nimmt er mit. Nicht mit, weil hier auch keine Diamanten meistens tun. Also, nee, und XP. Ja, dann haben wir halt, oder, auch heißen, da haben wir halt gefarmt, ähm, schön. Ja, gleich die ich auch wieder an die Überfläche, weil, weil da auch noch ein bisschen, was ist hier? Okay. Ja, ähm. Ey, warum ist hier so viel? Knockback, haha. Ja. Ich hab grad auch nur zwei Lieder auf Dauerschleife. Weil, ich hab gedacht, ja, das macht sie jetzt nicht so. Da fuck, so viel als Creeper. Du, sei mal leise. Und statt, das wäre jetzt noch geil, fühl ich jetzt grad sterben. Ähm, okay, das war Wallet. Hui. Jump. Jump. Ja, ich kenn das nicht sehr schön. Ey, so viel. Der, der ist auch zu dumm, um was auszuleuchten. Und derzeit sterbe ich hier wahrscheinlich noch. Alter. Das ist einfach so blöd. Gut. So, essen. Ah, ne Karotte, okay. Ihr habt's gesehen, ich hab ne Karotte gehabt. Genommen, beziehungsweise geprobt. Ähm. Ne, dann haben wir halt schön gefahren hier. Der konnte nicht, kein Tock konnte er hier nicht ausleuchten. Habt ihr jetzt sehen. Einfach zu blöd dafür. Vielleicht liegen hier irgendwo Diamanten und der hat's einfach nur nicht gesehen. Vielleicht. Da sind zum Beispiel Pilze, Pilze sind wichtig. Vor allem Fußpilz. Fußpilz ist immer wichtig. Wenn du das einmal hast, behältst du das für dein Blieb. Nee, natürlich nicht. Ja, ich kann das nicht sagen. Ähm. Ja. Hab ich das auch genommen? Ja, ich hab's auch. Na, so. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Wir haben schon halt dann schön gefahren. Da hab ich halt... Ich kann euch gleich einen kleinen Ausschnitt von der Folge einblenden. Also, die ich danach noch ein... gemacht hab. Nur dann ist sie halt weggegangen. Weil, ja. Na, ne. Ähm, die konnte ich noch ein bisschen retten, aber, ja. Dann zeig die euch gleich. Ich werde die vielleicht jetzt einblenden. Jetzt. Genau, jetzt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Together Minecraft. Ich wieder mit... Oh mein Gott. Bist du grad beim Haus? Äh, nee. Scheiße. Ich bin grad nicht bei dem Seller. Warum? Ach, 4, 3 FPS. Ein bisschen beim Haus? Ja. Gut. da gibt es Stress im Hintergrund bei dir können wir bitte nach oben gehen also schlafen gehen bitte 11 FPS und den Witz wollte ich schon mal machen so ich hab mir ein Kinderriegel geholt da ist die Verpackung davon und warte, hör mal auf lutschen bis das weiße kommt, sag ich nur, ne? Au, ich hab nur mal wenig zu überraschen na, war ja geschickt hör mal bitte auf, hör mal auf, ich hab nur noch vier Herzen, Junge Alter, warum leckt das so sehr? hör auf, ich hab nur noch vier Herzen, wie gesagt Alter, 16 FPS, 8 ich stopp mal kurz die Aufnahme oder auch irgendwann später, wer weiß ähm, gut wieso noch das letzte Erpeilen Erpeilen ich komme aus Österreich ne, nicht aus Österreich sind denn als äh, SABDR also als äh, Berlin keine Vorurteile gegen Berliner 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 schmecken lecker mit ihrer Füllung lecker, lecker, lecker lecker wie viel eisen? 39 ähm gut da, Gold nehme ich gar nicht erst mit weil Gold nicht so wichtig ist für die anderen ähm gut hier kann ich jetzt sofort runterfallen okay hier ist nichts mehr gut, dann gehe ich auch jetzt wahrscheinlich wieder weg hier weil das wird mir viel zu viel zu viel dann muss ich jetzt noch nach oben gehen und dann zeige ich euch nochmal das Portal ich bin noch nicht reingegangen weil ich dann festgestellt habe ach ja musst du einfach mal hier loscht fertig super perfekt und ja Feine Bogen halt wie viele Bögen ich einfach nur zu ja ich hab nicht mal Looting drauf und ja Warte ich soll noch einmal was trinken trinken ich esse ich trinke auch immer so auch mit so dicken Kartoffelstücken trinkt die ich sauge die Kartoffeln raus da macht sie immer blubb und das ja das ist nicht schön hab ich früher mal gemacht einfach so eine Gulaschsuppe und dann und dann dann hatten wir war eine Kartoffel im Hals am Stecken und dann ja ähm gut jetzt auch nicht mehr übertreiben hier habe ich dann auch noch ein bisschen ausgeleuchtet weil hier sind waren ja 10 Milliarden Monster am Spawn und Turbo Jan Bocholt hier hat Justin jetzt also Justin hat sich ein Premium Account gekauft der ähm wie heißt ähm Turbo Jan Bocholt genau weißt du was wir sind hier ja grad eh in der Folge ja gib mir ein paar Bäumchen die müssen immer viereckig sein also das ist ja Minecraft Minecraft muss viereckig sein so ähm Türen in der 1,8 kann man auch Türens denken also hier seht ihr unser wunderschönes Portal huh nein hehehe das seht wir in der nächsten Folge gut ähm das war die Zusammenfassung von Dings ich geh lieber noch mal ins Haus da geht ja auch die Nacht schon runter und wir haben da hinten was angepflanzt beziehungsweise ein bisschen ich hab das zu Ende gebaut das hätte ich ja ganz geguckt da oh da seht ihr schon wir seht ihr es schon Kartoffeln haben wir Mühen haben weil wir haben alles außer Milonen 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 so ähm ja ist er trocken verstehe ich auf jeden Fall Kartoffeln haben wir auch ja Kartoffeln mehr Kartoffeln wir werden uns bald nur noch von Kartoffeln ernähren 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 nein boah gut so das ist Weizen und wo sind die Seeds hier die Seeds und hier ähm habe ich zufällig nicht so ab mal gut dann gehen wir jetzt ins Haus also das habe ich auch zu Ende gebaut um das muss ein auch eingezogen hatte ja wahrscheinlich schon bemerkt um und man ist ja jetzt auch drin konnte warum achten ich habe 10 Prozent und ich habe sie nicht ich habe keine Anlieferung wie nee habe ich ja hallo denn es ist so bescheuert ich bin bescheuert und sich einfach nicht nicht den Rest von Kartoffeln guck der Hauptsache schon eine Folge und ich wollte mich wirklich entschuldigen dass ich die zwei Folgen versaut habe dafür mit schöner Musik die ganze Zeit und Dauerlaufen und Dauerschleife fährt Dauerschleife fährt ja morgen wird wahrscheinlich wird es wahrscheinlich wieder eine Folge mit Justin und Marek geben mir auch scheiße achso Entschuldigung ich habe gedacht der geht jetzt Kaboom machen und jetzt ganz schnell ins Haus und hier ist immer noch der abgegrüppelte Baum aber auch ach die Bäume ne warum habe ich mir ein Baumhaus gebaut weil ich Blätter mache wahrscheinlich ja und hier alter ja hier hat Justin halt ähm hat die Sachen von Rob Murad und Marone reingetan und ja ähm ich ja da hat er halt ich finde gerne noch was verzorgen gerne noch was verzorgen ja ich habe 20 Löffel wenn da schon sieben genau unbreak ja geil super egal so ich esse noch kurz was und dann beenden wir die Folge mit und Who's who's the chick ja kann ich das rausbauen ne scheiße ähm gut gut ich muss jetzt scheiße ha okay ähm ich beende dann die Folge ich hoffe euch hat diese Folgen Zusammenfassung Folge Folge Zusammenfassung gefallen wenn wenn da ich ich hab ja ich hab ja gesagt ich hör auf nur zum Auto haha auf jeden Fall wir sehen uns in der nächsten Folge also am Mittwoch mit dem Justin und Marek oder auch nur mit Justin oder nur auch mit Marek oder nur mit mir je nachdem ähm und ja dann noch einen schönen Tag bis zur nächsten Folge tschüss